Ich bin die Anna Gantler und ich bin Sportlerin. Ich mache nämlich Biertlangen. Das ist das Schießen kombiniert mit Langlauf. Im Sport ist es schon oft so, dass ein gewisser Druck einfach herrscht, weil jeder will einfach sein Bestes geben. Da ist es dann leider oft so, dass oft das Menschliche oder der Mensch ein bisschen vergessen wird. Weil Menschlichkeit viele Gesichter hat.